Ich habe Ihnen doch gesagt, heute bitte keine Anrufe. Ich hoffe, Sie wissen, dass das hier Ihr letzter Arbeitstag war, Sie inkompetentes Stück Scheiße. Die Aktien steigen und die Aktien fallen, die Diamanten glitzern und die Korken knallen. Das Bankermonster versteckt die Krallen in den Tanzen, er bringt die Blase zum Wachsen und dann zum Platz. Wer lässt den Kredit zu lange liegen, doch langsam wird er faul, er stoppt sich trotzdem weiter. Begierig in seinen Maul, ich blätter die Zeitung durch und mögen vor das Recht zu finden. Gleich skrupellos, kein Aus durch fehlendes Rechtsempfinden. Ja, das Geld ist ein Problem, es gibt schon lange keine Rolex mehr. Die Leitkosten sind kein Problem, sag, wo kommt der ganze Wohlstand her? Mit jedes Mal deinen Eltern, es ist nicht alles Gold, was Ben's wert. Man macht so lange keinen Fehler, wie ein kleiner Radführer wegsperrt. Ziel ist es nicht, Gewinn zu machen, sondern gute Menschen über die Klippe springen zu lassen. Nein, wir geben nichts ab. Wir bleiben lieber alleine. Es ist ein Drahtseilakt. Hier wird nicht mehr auf Vernunft gelegt, hier wird auf Punkt gelebt. Doch solange das Rad sich dreht, wird nicht am Hass gesägt. Hier wird nichts bewegt, doch es ist viel zu spät. Es wird in Häuser investiert, in denen keiner mehr lebt. Ja, das Geld ist ein Prolet, das spielt schon lange keine Rolex mehr. Die Leitkosten sind kein Problem, sag, wo kommt der ganze Wohlstand her? Letzt jedes Mal deinen Eltern, es ist nicht alles Gold, was Ben's wert. Man macht so lange keinen Fehler, wie ein keiner dafür entsperrt. Dieses Haus ist auch von einem weichen Boden gebaut. Und ich glaub, auch die Umgebung weicht ganz am Haus. Alles vergeht in Ordnung. Keine noch so kleine Blaseplatz irgendwann. Noch was passiert, wenn, 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 wenn. Selbst der Staat euch nicht mehr retten kann. Oh! Die Leitkosten sind kein Problem, sag, wo kommt der ganze Wohlstand her? Letzt jedes Mal deinen Eltern, es ist nicht alles Gold, was Ben's wert. Man macht so lange keinen Fehler, wie ein keiner dafür entsperrt. Ja, das Geld ist ein Prolet, das spielt schon lange keine Rolex mehr. Die Leitkosten sind kein Problem, sag, wo kommt der ganze Wohlstand her? Ja, das Geld ist ein Prolet, das spielt schon lange nicht mehr.